In Potsdam unter den Eichen 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 Gefallen am Schmerzweiler. Gekroppen heißt mit Herz und an dem Vaterland auf dem Leib. Belohnt mit dem Sagen vom Vaterland. Gekroppen heißt mit Herz und an dem Vaterland. So zogen sie durch Potsdam für den Mann von Schmerzweiler. Da kam die grüne Polizei und haute sie zusammen. So zogen sie durch Potsdam für den Mann von Schmerzweiler. So zogen sie durch Potsdam für den Mann von Schmeich. So zogen sie durch Potsdam für den Mann von Schmerzweiler.